Auf, auf! Jetzt erst recht! Jetzt hast du drei Runden zugeguckt, jetzt kannst du mal, ne? Mit zu viel Druck können Männer auch nicht arbeiten. Das geht auch bei Frauen. Mit oder ohne Katze? Das riecht doch schon nach Betrug. Jetzt bekommen wir bestimmt ein Stadion. Oh gut, die haben an einem Stadion, oh, gut. Die Map, wo ich meinen Ace gemacht habe. Der Fuse ist spannend. Wie er sein Ding ins Loch steckt. Ich bin ja schon weg. Tschüss! Keiner mag mich. Keiner will mich haben. Ach, guck mal. Oh, nein, aber nicht. Das ist der letzte Billigschrott. Entschuldigung. 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 Das ist es halt. Also, auf jeden Fall, Finger weg. Entschuldigung. 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 Kali ist dabei 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 die sitzen wir dann im gleichen raum von wo eben der ding saß die gegner haben einen entschärfer neben einer bombe platziert zerstört ihn eigener probe eliminiert mission gescheitert ja die haben zwei die alles raus holen was ist das die bomben sichern die gegner haben eine bombe lokalisiert verteidigung entsprechend plan es bleiben noch zehn sekunden die gegner haben eine bombe lokalisiert auf feindliche aktionen vorbereiten wir zwei spielen für wände bereit ich habe nur gerade die dinge angemacht wollen wir denn irgendwas machen hier durchbruch kein durchbruch dann war ich schon Elektro-Karne. Nur ein kleiner Weg. Nur ein kleiner Weg. Ah, komm mal. Den 2-Mio. alles klar stehen die auf dem kopf sind die wollen es wissen ja 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 Was ist das? Wir müssen eine Bombe aufspüren. 10 Sekunden bis Einsatz. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. 5 Sekunden bis Einsatz. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Moment, Moment. Ja, ich habe die Wand entelektrifiziert. FGS im Einsatz. Gleich macht's pumpen. Zeit für etwas Chaos. Gleich gleitet. Ratero im Einsatz. Kontakt zu Ratero verloren. Hm. Hm. Du hast ihn entschärfer fallen gelassen. Da ist hier ein Clash drin. Müsste auch jemand angreifen. Und jetzt. Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwau. 15 Sekunden. Ich habe keinen mehr gerade. Scudown gerade. völlig verdient verloren die runde man nicht ich glaube wir haben auch fast keine tode haben ich nur ein verloren also kann das sagen da haben ja auch nichts gemacht sie hatte ihn schon bei